Hey YouTube, hier ist PokeBeatTV mit einem ganz ganz kurzen aber knackigen zwischendurch Verlosungsvideo. Ja genau, wie angekündigt bei der ersten Boosterbox haben wir gesagt, wir wollen eine kleine Verlosung machen und jetzt stellen wir euch mal vor, was wir zu verlosen haben. Also wir haben ja so ein bisschen was vorbereitet, wir verlosen an Leute die Bock und Interesse daran haben 3x12 TCG Online Codes der Serie Ultra Prisma, dann verlosen wir eine schimmernde Legenden Brotbox mit etwas aufgestockten Inhalt sage ich jetzt mal. Wir finden darin allerlei Pokemon Sammelzeugs, was ziemlich praktisch ist, wenn man das TCG spielt und halt die ganzen anderen Goodies, die sich allgemein in dieser Kiste befinden und eine Full Art Karte unserer Wahl, die wir natürlich hier nicht verraten. Richtig, das ist ja ein Überraschungspaket. Richtig, ist ja ein leicht gepimptes Überraschungspaket und das letzte Giveaway, was es sein wird, ist eine Kapu Riki Collection. Richtig. Richtig. Ja, Bruderherz. Wie bereits, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wir hatten das schon mal in einem Video gesagt gehabt, dass wir, dass diese, sag ich mal, um an dieser Verlosung teilzunehmen, bitte mit Hashtag JaIchWill, an dieser Verlosung teilgenommen wird. Ich würde sagen, wer diese Box möchte, der schreibt Hashtag Brotbox. Ja, und wer diese, also einen von diesen Zwölfer-Stacks haben möchte, der schreibt Hashtag TCGO. Jawohl. Ja. Einfach nur das jeweilige Codewort in die Kommentare hacken. Ihr nehmt dann automatisch mit Teil bei dieser Verlosung. Hashtag, Hashtag, ja ich will, Hashtag Brotbox, Hashtag TCGO. So, äh, wie die Verlosung dann genau ausschaut, das zeigen wir euch in einem der kommenden Videos, ähm, es wird alles fair vonstatten gehen, jeder hat dieselbe Chance, der daran teilnimmt und wir machen das für euch, die Verlosung natürlich live vor der Kamera, damit dann niemand sagen kann, der wird irgendwie manipuliert oder sowas. Nein, das wird nicht mal manipuliert. Genau. Ja, das war's doch eigentlich schon von unserer Seite. Wir wollten euch hier nur die paar kleinen Verlosungen, ähm, vorstellen, die wir zur Zeit gerade am Laufen haben, vorhaben und das war's eigentlich auch schon wieder von unserer Seite. Ganz genau. Es bleibt nicht viel zu sagen, ich würde mal, ich würde jetzt hier mal einfach das übliche Geschwaffel an dieser Stelle streichen, ja, weil, ja, einfach so, ist ja kein Unboxing, ja. Ist kein Unboxing. Ist ein Infoboxing. Ihr könnt aber trotzdem einen Daumen nach oben da aus. Ja, wenn ihr Bock habt, ja. Nein, nein. Genau. Habt Ihnen noch einen schönen Tag. Richtig. Schönes Restwochenende. Ihr seid informiert und wir sehen uns spätestens am kommenden Sonntag oder hören uns am kommenden Sonntag wieder. Ganz genau. Bis dann. Peace out. 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 Vielen Dank.